Willkommen meine lieben Freunde zum GPL Season 4 Fazit Video. Die GPL ist an sich ja schon vorbei, also zumindest die Spieltage, die Relegation steht noch vor uns. Aber die Season an und für sich ist ja so gesehen schon vorbei und deshalb möchte ich ein wenig über die Season sprechen, über mein Team, generell was in der Season und mit meinem Team gut und schlecht gelaufen ist und natürlich auch über eine mögliche neue Season. Mal schauen, wie lang das Video wird, es wird auf jeden Fall etwas länger, deshalb könnt ihr euch gerne zurücklehnen oder nebenbei irgendwas anderes machen oder keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir starten einfach mal mit meinem Team. Ich werde nun alle Pokémon vorstellen, die ich sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde hatte, also auch Pokémon, die ich in der Rückrunde nicht mehr hatte, weil ich sie rausgegeben habe, werde ich nochmal ganz kurz ansprechen. Auf jeden Fall fange ich direkt mal mit dem allerersten Pokémon an, was auch die meisten Kills geholt hat. Ich werde von den meisten Kills zu den wenigsten Kills runtergehen und das Pokémon, was die meisten Kills geholt hat, in der gesamten Season von meiner Seite aus war Magierna mit 23 Kills, insgesamt hat es 13 Kills in der Rückrunde gemacht und es hatte insgesamt in der gesamten Season 20 Auftritte, also hat es zweimal gefehlt. Also eine recht beachtliche Statistik, wobei man sagen muss, dafür, dass viele es auch als zu OP eingeschätzt haben oder so, war es jetzt auch nicht immer so gut, beziehungsweise gab es auch einige Spieltage, an denen dieses Pokémon einfach gar nichts gemacht hat. Ich meine, das hat ja auch die Statistik so hoch gehoben, weil es am allerersten Spieltag 6 Kills geholt hat und danach kam sowas natürlich nie wieder. Es gab aber durchaus auch einige Kämpfe, die Magierna sehr, sehr gut bestreiten konnte und auch einige Kills geholt hat. Also alles in allem ein sehr wichtiges Pokémon für das Team, nicht das wichtigste Pokémon meiner Meinung nach, aber ein super, super starkes Pokémon und Ja, das hat mir auf jeden Fall durchaus geholfen in der ganzen Season. Als nächstes haben wir dann Nidoqueen mit 17 Kills insgesamt und auch genau 17 Auftritten, also es hat so gesehen jedes Mal einen Kill geholt und in der Rückrunde hat es davon 10 Kills geholt. Also auch eine recht beachtliche Anzahl. Vor allem habe ich am Anfang nicht gedacht, dass Nidoqueen so gut für mich wird, beziehungsweise dachte ich eigentlich, es wird gut, Doch dann hatte ich es einige Spieltage dabei und da lief es nicht so super mit Nidoqueen und ich war nicht so super zufrieden mit der Leistung von diesem Pokémon, aber in der Rückrunde hat sich das Ganze dann noch etwas gebessert und es war sehr, sehr wichtig für einige Kämpfe, denn ohne Nidoqueen hätte ich bestimmt einige Kämpfe nicht gewinnen können. Also ja, ein sehr gutes Pokémon, gibt mir viel Nutzen mit offensiver Power, aber auch defensiv kann es einiges einstecken und hat natürlich auch die Tarnsteine, die immer sehr hilfreich sein können. Als nächstes haben wir dann Snebuna mit 14 Kills auf dem dritten Platz, davon hat es aber nur 5 Kills in der Rückrunde geholt und also es hat nur 5 Kills von diesen 14 in der Rückrunde geholt und es hat insgesamt 16 Auftritte. Also jetzt nicht die beste Statistik, aber auch kein schlechtes Pokémon. Offensiv gesehen kann es in Moderna sehr viel Druck aufbauen, vor allem im Endgame. Das Problem sind natürlich sowas wie Tarnsteine oder generell, dass es einfach keinen Bulg hat, deshalb hat es jetzt auch nicht so viel gemacht, vor allem in der Rückrunde. Vor allem, weil ich da noch ein anderes offensives, sehr schnelles Pokémon hatte, was dann doch ein Mechi-Show gestorben hat, so gesehen. Und ja, deshalb hat es dann nicht mehr so viele Kills geholt. Dann als viertes Pokémon auf dem vierten Platz ist Arcani mit 13 Kills mein Lieblings-Pokémon. In der Rückrunde hat es 6 Kills geholt und es hatte insgesamt 15 Auftritte. Und das ist natürlich auch eine schöne Statistik für ein Pokémon, was sowohl defensiv, aber auch offensiv einiges leisten kann. Und ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Leistung von Arcani. Natürlich hätte es mehr Kills haben müssen, Arcani muss eigentlich auf Platz einstehen, ist ganz klar. Aber sagen wir mal realistisch, Arcani hat für das, was es machen sollte, auch sehr viel gemacht. Und dementsprechend bin ich da auch sehr zufrieden. Und wenn ein Signature einiges machen kann, ist man da immer sehr zufrieden mit. Als nächstes habe ich dann Schwalboss auf dem fünften Platz. Und Schwalboss war einfach die Überraschung der Season. In der Hinrunde hat es niemand gepickt und ich habe es zur Rückrunde reingenommen. Und Schwalboss war einfach grandios. Es hat 13 Kills geholt. Damit ist es mit Magierna und ich glaube zwei, drei anderen Pokémon auf Platz 1 der Killrangliste für die Rückrunde. Das heißt, Schwalboss, ein RU-Pokémon, hat einfach genauso viele Kills wie Magierna, ein OU-Pokémon, in der Rückrunde geholt. Und es war einfach super. Es hatte zudem nur acht Auftritte, also sogar ein Auftritt weniger als Magierna. Und hat einfach mehr Kills so gesehen. Also in einer geringeren Zeit hat es genauso viele Kills geholt wie Magierna. So, das wollte ich sagen. Ja, manchmal kommen da noch ein paar Versprecher. Nicht wundern, ne? Ich bin immer noch so ein bisschen im Urlaubsmodus. Aber ich hoffe, das passt für euch. Auf jeden Fall, Schwalboss, ein super gutes Pokémon. Meiner Meinung nach das beste offensive Pokémon in meinem Team in der Rückrunde. Es hat einfach sehr, sehr viel gemacht. Es ist ein super guter Sweeper auch für das Ende. Auch wenn es sich jetzt nicht set upen kann. Es kann aber einfach Teams zerstören am Ende. Wenn der Wahlschein-Nutzer weg ist und kein schnelleres Pokémon mehr da ist, kann Schwalboss einfach alles zerstören. Und drei, vier Kills auch noch am Ende holen. Ich glaube, das war auch das ein oder andere Mal der Fall. Und es hat auch manchmal einfach nur ein, zwei Kills geholt. Aber es hat auch schon gereicht. Und hat einfach super gut die Löcher in das Team reingeschlagen vom Gegner. Und das war deshalb eben immer ein sehr, sehr nices Pokémon, weshalb ich auch gerne damit gespielt habe. Als nächstes haben wir dann Brutalander. Brutalander habe ich zur Rückrunde rausgepackt. Hat aber in der Hinrunde elf Kills geholt und neun Auftritte. War also auch kein schlechtes Pokémon. Ich habe aber dazu ja schon was im Hinrunden-Fazit gesagt. Shaman genauso. Das habe ich zur Rückrunde rausgepackt. Und es hatte fünf Kills sogar nur geholt. Also jetzt sieht man hier ein großes Loch zwischen dem sechsten und dem siebten Platz. Also zwischen Brutalander und Shaman. Also hier sechs Kills Unterschied. Trotzdem, Shaman war ein gutes Pokémon auch in der Hinrunde. Ich habe es aber rausgepackt, weil ich eben was anderes haben wollte. Ich wollte mein Team ein wenig umbauen. Und deshalb musste Shaman leider weichen. Und dafür ist ein anderes Pflanzen-Pokémon reingekommen in einem anderen Tier. Und zwar im Enju Tier. Und das war Tangela. Und Tangela hat ebenfalls fünf Kills geholt. Aber hat er sogar zwei Auftritte weniger. Und zwar nur vier Auftritte. Also hier das Enju-Pokémon hat genauso viele Käse wie das Juju-Pokémon. Und dabei ist Tangela jetzt auch nicht mal so offensiv wie Shaman. Wobei es glaube ich den gleichen Spezialangrisswert hat. Also beide müssen einen Hunderterwert haben. Aber trotzdem. Also Tangela ist jetzt nicht so das offensive Pokémon. Hat aber vor allem am allerersten Spieltag extrem viel gemacht. Generell ist Tangela ein sehr gutes Pokémon. Es hat zwar nur ein Item, was es tragen kann. Und es ist eben ein Enju-Pokémon, was nicht unbedingt immer so stark ist. Aber das muss nichts heißen, das Tier an und für sich. Denn Tangela hat ja trotzdem an einigen Tagen gezeigt, was es eben kann. Und es ist ein Pokémon, was nicht immer gut ist. Also in bestimmten Matchups kann man es einfach nicht mitnehmen. Weil der Gegner einfach viel zu viel dagegen hat. Aber andere Gegner wiederum haben einfach nicht so viel gegen Tangela. Und da kann Tangela dann zeigen, was es kann. Und ein wenig scheinen sozusagen. Als nächstes haben wir dann Rotom in der Waschmaschinenform mit vier Kids in der Rückrunde. Ich habe sie ja zur Rückrunde auch ebenfalls reingenommen wie Tangela. Und es hatte ganze elf Auftritte. Also war es jedes Mal dabei. Das einzige Pokémon, was in der Rückrunde jedes Mal dabei war. Und Rotom in der Waschmaschinenform, also Rotom-Wash sozusagen, ist einfach das beste defensive Pokémon für mich gewesen in der Rückrunde. Es war einfach so wichtig. Es hatte einen extrem großen Nutzen für mich. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, Brutalander rauszupacken und dafür Rotom reinzupacken. Auch wenn Brutalander das beste offensive Pokémon aus meinem Team war in der Hinrunde, hat Rotom mir einfach in der Defensive viel, viel mehr gegeben, als Brutalander mir in der Offensive gegeben hat und in der Defensive. Deshalb bin ich da sehr zufrieden mit diesem Wechsel. Und man hat ja gesehen, Rotom hat einfach extrem viel Arbeit geleistet. Und es war nicht umsonst jedes Mal dabei. Als nächstes haben wir dann Vesprit. Vesprit hat insgesamt drei Kills geholt, davon nur einen in der Rückrunde. Und insgesamt hatte es neun Auftritte. Also ein solides Pokémon, würde ich sagen. Ein guter R.U. Pick. Man konnte einiges damit machen. Man konnte die Tarnscheine immer rauslegen. Man konnte ein bisschen Schale auf den Gegner raufpacken. Es war offensiv gesehen leider nicht so gut, wie ich es vielleicht auch hätte einsetzen können. Denn Vesprit ist auch in der Offensive nicht allzu schlecht. Nur habe ich das eben nicht so gut eingesetzt. Ich hätte wahrscheinlich eher selbe picken sollen. Denn ich habe Vesprit meistens so gespielt, dass es eigentlich auch ein Selfer hätte sein können. Nur wäre Selfer besser gewesen, weil es halt defensiv mehr aussteckt. Dafür kann Vesprit eben defensiv mehr einstecken, meine ich. Und dafür kann Vesprit offensiv mehr austeilen. Aber das hat sich jetzt nicht unbedingt bei mir so gut gezeigt. Deshalb war das vielleicht ein kleiner Fehlpick, könnte man sagen. Aber ich bin trotzdem zufrieden mit Vesprit. Und deshalb brauche ich jetzt auch nicht mehr lange darüber reden. Als nächstes haben wir dann Meistergriff. Meistergriff habe ich ebenfalls in der Rückrunde reingeholt. Dafür habe ich ja Shaman rausgepackt. Und Meistergriff war ja so gesehen der Notfallpick. Denn ich hatte ja erstmal auch Mega-Schweiboss. Äh, Mega-Tau-Boss meine ich. Und zum Leid für die Versprecher. Und Harjama geplant. Beide wurden mir weggepickt in der ersten Hunde. Deshalb habe ich da Shweiboss und Meistergriff reingepackt. Und Shweiboss hat sich ja extrem bezahlt gemacht. Also da bin ich zufrieden mit, dass ich Shweiboss am Ende hatte und nicht Mega-Tau-Boss. Harjama wäre aber besser gewesen. Nur hätte ich nicht Harjama und Shweiboss haben können. Aber Harjama hätte einfach, glaube ich, meiner Meinung nach viel mehr gemacht als Meistergriff jetzt. Mit gerade mal drei Kills. Und siebenmal war es dabei. Also ja. Aber es war nicht schlecht. Es gab auch einige Kämpfe, wo Meistergriff einfach nicht rausgekommen ist. Und das hätte durchaus mehr machen können. Deshalb, es ist kein schlechtes Pokémon. Es hat ja jetzt vielleicht nicht perfekt in das Team gepasst. Aber es war auch ein wichtiges Pokémon. Weil ich in bestimmten Matchups einfach wusste, okay, Meistergriff ist da. Und kann sich um die gegnerischen Bedrohung ganz gut kümmern. Also vor allem jetzt hier, wenn es die Offensivfeste trägt, kann es eben so ein Trägerfado ganz gut herändern oder so. Deshalb, Meistergriff auch kein schlechtes Pokémon. Als nächstes dann Raichu mit zwei Kills. Es war jetzt nur einmal dabei in der Rückrunde. Und hat auch nur einen Kill geholt. Insgesamt drei Auftritte. Ja, was soll ich groß dazu sagen. Ein Pokémon, was jetzt nicht viel zeigen konnte. Aber auch kein schlechtes Pokémon war. Und durchaus auch seine Daseinsberechtigung hatte. Als nächstes dann Bojolin. Bojolin, gut, hatte ich in der Hinrunde einmal dabei. Und keinen Kill. Also, so viel dazu. Dann Ohrdoch hatte ich in der Rückrunde. Keinmal dabei. In der Hinrunde zweimal. Und dementsprechend hat es insgesamt auch keinen Kill geholt. Also, ja. Ohrdoch. Ich habe eigentlich in der Rückrunde nur mit zehn Pokémon gespielt. Ohrdoch hat nicht in mein Team gepasst. Es ist kein schlechtes Pokémon für so ein Format. Aber es hat überhaupt nicht in mein Team reingepasst. Und ich hätte von Anfang an ein anderes Pokémon draften müssen. Dann wäre das besser gewesen. Ich hatte zur Rückrunde auch Mega Ohrdoch oder so reingepackt. Weil ich hatte ja kein Mega Pokémon, wie man sehen konnte. Aber ich hatte keine Möglichkeit mehr. Weil ich schon vier Wechsel gemacht hatte. Deshalb ging das ja nicht. Und zu guter Letzt Kickli, was ich auch in der Hinrunde rausgegeben habe. Also zur Rückrunde. Das hatte null Kills geholt und vier Auftritte gehabt in der Hinrunde. Also, ja. Auch eine kleine Enttäuschung. Aber nicht so wichtig. Wir haben ja über die besten Pokémon gesprochen. Und so viel eigentlich auch zu meinem Team. Und was man ja sagen konnte von Anfang an. Vor allem in der Rückrunde aber dann auch. Ich hatte eine große Tarnsteinschwäche. Beziehungsweise hatte ich keine Möglichkeit, die Tarnsteine zu entfernen. Bis auf Auflockern auf Schweibos. Und ich erinnere mich nur zu gut, wie der liebe Timo, also der liebe Razer zu mir gesagt hat. Nach dem Draft. Alter Present. Du wirst niemals die Hälfte der Kämpfe gewinnen. Wie viele Kämpfe haben wir denn in der Rückrunde gewonnen? Wir haben von elf Kämpfen zehn Kämpfe gewonnen. Also würde ich einfach mal sagen, dass die Tarnsteine gar nicht mal so das Problem waren. Und deshalb muss ich auch mal wieder sagen, dass viele natürlich durchaus berechtigte Kritik an diversen Teams üben können. Aber nur weil man eine bestimmte Schwäche hat. Ob jetzt Tarnsteine oder ein Typenschwäche oder was weiß ich was. Sagt das jetzt nicht so viel aus, wie dann dieses Team abschneidet. Da muss man immer ein wenig differenzieren. Denn letztendlich kommt es auf die Kämpfe an sich an. Da kann vieles passieren. Es kommt auf die Vorbereitung an. Und generell muss ich aber auch sagen, dass selbst in der Vorbereitung mir die Tarnsteine keinen großen, keine großen Probleme bereitet haben. Weil das Team an und für sich keine großen Probleme mit den Tarnsteinen hatte. Denn sowas wie Schwalboss und Stibuna, die eine Tarnsteinschwäche haben und immer 25% bekommen, müssen nicht oft in einen Kampf reinkommen. Schwalboss ist ein Pokémon, was vielleicht einmal, maximal zweimal in einem Kampf raus- und reingewechselt wird. Meistens aber im Endgame schickt man es einmal rein und es soll dann viel machen. Stibuna ähnlich. Stibuna kann man zwar etwas öfter raus- und reinwechseln, dann kann es vielleicht auch ein bisschen mehr im Kampf machen. Wenn die Tarnsteine liegen, dann logischerweise nicht mehr. Aber das ist auch kein so großes Problem. Arkani vielleicht schon eher, weil es eben defensiver auch sein kann und dementsprechend stören vielleicht die Tarnsteine. Aber durch die Recovery, die es haben kann und so weiter und so fort, war das für mich jetzt auch kein so großes Problem. Deshalb finde ich diese Tarnsteinschwäche, die immer wieder mir irgendwie reingedrückt wurde, gar kein großes Problem. Und nur weil ich jetzt hier einen Auflockern-Schwalboss hatte, was ich sogar sehr oft gespielt habe, aber nie eingesetzt habe, ist das, ja, ist das für mich eben kein großer Ausschlagspunkt, weshalb vielleicht ein Team extrem viel schlechter sein sollte oder nicht. Man hat es ja gesehen, es hat sich ja gut geschlagen. Generell Funfact, ich habe in der gesamten Season, selbst in der Hinrunde, wo ich zwei Hazard-Bemovals hatte, nie eine Attacke eingesetzt, die die Hazards entfernen sollte. Also sowas wie Torbedreher oder Auflockern, weil die Sache ist, mein Team war und ist sehr offensiv. Und deshalb hat man ja auch gesehen, dass es das jetzt nicht unbedingt braucht, weil ich gar nicht die Zeit dafür habe. Deshalb hat man ja auch ganz gut gesehen, dass meine Kämpfe sehr kurz waren. Ich hatte ja maximal so immer 18 bis 20 Rundenkämpfe, was für mich auch etwas komisch war, denn ich war immer viel, viel längere Kämpfe gewöhnt. Also zumindest immer so 30 Runden hatte ich mindestens in der Season 3 beispielsweise, so 30 bis 35 Runden waren eben Standard, denn ich hatte eben auch sowas wie Panzer Aeron, Attara, Gastrodon, eben eher defensivere Pokémon, ein Balanced Team, was ich damals hatte. Und deshalb muss man auch sagen, dass dafür, was für ein Team ich dabei hatte, ich mich ganz gut geschlagen habe. Denn das Team, was ich gedraftet habe, war super untypisch für mich. Ich hatte ein relativ offensives Team und normalerweise spiele ich meistens mit eher Balanced Teams, also mit ausbalancierten Teams. Also mein Season 1 Team war ein Balanced Team, was gewonnen hat. Mein Season 2 Team war so ziemlich das Season 1 Team, also will ich gar nicht darüber sprechen. Deshalb lief Season 2 auch nicht so gut. Dann Season 3 war ebenfalls ein Balanced Team, womit ich ebenfalls gewinnen konnte. Und Season 4 war dann eben eine Mixtur zwischen Balance und Hyper-Offense. Aber es war mehr Offense, also es war eben so Brücke-Offense-mäßig. Also kann man, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, die Team-Art und Weise, die ich da am Start hatte. Und obwohl das eben eher untypisch für mich war, konnte ich doch damit einiges reißen. Und deshalb bin ich auch sehr zufrieden mit meiner Leistung, denn wir haben es auf dem zweiten Platz geschafft. Wir haben 48 Punkte, 113 Kills, 81 Tode, damit eine Differenz von 32. Insgesamt 16 Siege und 6 Niederlagen nach der Hinrunde, sah das ja noch ganz anders aus. Wir hatten 6 Siege und 5 Niederlagen. Also, ja, wie gesagt, eine schöne Statistik, vor allem in der Rückrunde. Und generell muss man sagen, dass, wenn die Hinrunde nicht so gewesen wäre, wie sie eben war, wenn ich so gespielt hätte wie in der Rückrunde und vielleicht auch das Team wie in der Rückrunde gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch auf dem ersten Platz vielleicht landen können. Also wahrscheinlich nicht, aber die Chance wäre auf jeden Fall höher gewesen. Denn in der Hinrunde habe ich auf jeden Fall einige Patzer gehabt. Es gab einige Spieltage, wo ich einfach nicht mein Bestes gegeben habe, leider. Also nicht so gespielt habe, wie ich es vielleicht hätte machen können. Aber so ist das eben. Dennoch bin ich zufrieden mit meiner Leistung, vor allem in der Rückrunde. Aber auch die Hinrundeleistung war ja nicht schlecht oder so, sondern nicht so super, sagen wir es mal so. Dennoch, wie gesagt, das, was ich in der Rückrunde abgeliefert habe, da bin ich sehr zufrieden mit. So, soviel erstmal dazu, generell zu meiner Leistung dieses Season. Also, ich glaube, ich kann mir auch mal auf die Schulter klopfen. Ich bin ja jemand, der jetzt nicht immer sagt, oh, Alter, ich bin ja jetzt hier super gut gewesen. Und, äh, Alter, Mann, das war jetzt richtig gut von mir. Aber manchmal, manchmal muss man sich auch selber auf die Schulter klopfen und ruhig mal appreciaten, was man denn so geschafft hat. Wobei es auch eigentlich nur ein Spiel ist, aber ihr wisst, was ich meine damit, ne. Und, ja, soviel dann eigentlich zu meinem Team und zu Season an sich, wie ich gespielt habe. Aber es gibt ja natürlich noch viel, viel mehr Dinge, die man ansprechen möchte oder die ich ansprechen möchte. Deshalb fange ich auch direkt mal an. Denn ich habe einige Kommentare natürlich erhalten zu Season an sich und die waren durchweg positiv. Aber es gibt natürlich auch mal wieder ein paar Kritikpunkte, die ich ja auch unter anderem ansprechen möchte. Deshalb fange ich auch direkt mal an mit den Z-Steinen, also mit der Z-Stein-Regelung. Denn das ist, denke ich mal, auch ein großes Thema, was auch uns in der Zukunft beschäftigen wird, falls es eine neue Season geben wird. Und darauf möchte ich einmal ganz kurz eingehen. Und zwar ist es ja so gewesen, dass bereits zu Anfang ein paar, ja, Kommentare dazu kamen, dass die Z-Stein-Regelung einfach viel zu extrem ist. Es gibt viel zu viele Restriktionen und so weiter und so fort. Und unsere Intention war erstmal dahinter, denn ich habe die Regelung nicht alleine aufgestellt, sondern wir haben uns zusammen aufgestellt. Also insgesamt waren, glaube ich, zehn Leute erstmal im Call und dann haben wir das so gemacht, dass wir das versucht haben, zusammen zu besprechen. Und haben dann eben dann natürlich auch alle in der Gruppe gefragt, über Skype und so weiter und so fort. Und erstmal kurz dazu, wie das Ganze zusammen zustande gekommen ist. Wobei natürlich nicht jeder sich daran beteiligt hat, kurz dazu. Auf jeden Fall, ja, also wir haben eben die Intention gehabt, dass wir relativ viele Restriktionen am Anfang einbauen, weil wir uns rantasten wollten. Denn das Problem war, wir kannten nicht den Einfluss, den die Z-Steine oder die Z-Attacken an und für sich in diesem Meter haben könnten. Deshalb wollten wir erstmal uns da ein wenig herantasten, ein bisschen weniger erlauben. Und dafür kann man ja schauen, was man dann in Zukunft auflockern kann. Deshalb waren es auf jeden Fall zu viele Restriktionen. Ja, es wird einiges geändert. Also auch sowas wie die Attackenrestriktion, also keine Ahnung, so eine Typenstärke. Also, dass man nichts über einer 100er Base oder so haben kann, finde ich mittlerweile auch nicht gut. Sollten wir auch wegpacken und so weiter und so fort. Aber es gibt durchaus auch einige Regelungen, die meiner Meinung nach sinnvoll sind und nicht gerade schlecht. So, also meiner Meinung nach ist es was wie Z-Dracometeor auf einem Latios ziemlich, ziemlich stark. Und da müsste man auf jeden Fall diskutieren, ob man sowas erlauben sollte. Oder generell sowas wie Z-Dracometeor, das ist jetzt nicht nur für Latios, aber beispielsweise auf Latios. Und deshalb muss man da mal schauen, wie man das regeln wird. Aber es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass es gar keine Restriktionen geben wird. Also, ich bin der Meinung, dass man auf jeden Fall Restriktionen in so einem Format haben sollte, in einem Draftformat. Denn es gibt ja das Argument, der Z-Stein ist ja nun im Spiel vorhanden. Dann ist das doch auch blöd, wenn man den Z-Stein dann einschränkt oder nicht, ne? Das ist ja eine Mechanik, die vom Spiel gegeben ist. Aber meiner Meinung nach ist das kein so gutes Argument, denn dann müsste man doch auch generell gegen Regelungen im Spiel sein. Also auch sowas wie die Evasion Clause oder so. Gut, das ist jetzt nicht vom Spiel an sich, aber es gibt ja die Mechanik der Evasion, also der Fluchtwerterhöhung. Und das heißt, wir sollten alle danach spielen oder damit spielen sollen. Weil das ist ja eine Mechanik vom Spiel, die wird uns vom Spiel gegeben. Nein, eigentlich nicht. Das ist doch nicht gerade schlau, weil Evasion bringt nicht gerade viel Spaß. Und es sollte doch irgendwie auch etwas balancierter und fairer sein aus Meta. Und deshalb sollte man auch bei den Z-Steinen eben aufpassen und ein paar Restriktionen einbauen. Nicht so viel, wie wir es getan haben. Aber ein paar Restriktionen sind auf jeden Fall sinnvoll. Und deshalb finde ich eben das Argument, dass es vom Spiel schon gegeben ist, dass es eine Mechanik ist, die im Spiel implementiert ist. Also sollte man sie auch benutzen, so wie sie ist. Nicht gerade gut. Aber so viel erstmal dazu. Und deshalb könnte man ganz kurz auch noch dazu vielleicht doch nochmal argumentieren. Okay, aber im Smogon-Meter ist ja auch eigentlich alles erlaubt. Wieso macht ihr das dann anders? Ja, aber man kann das Smogon-Meter nicht mit dem Draft-Format vergleichen. Denn das sind zwei verschiedene Metas. Im Smogon-Meter kann man sich nicht auf die gegnerischen Teams vorbereiten. Im Draft-Format schon oder in diesem Format, welches wir hier haben. Wir können uns auf das gegnerische Team immer vorher vorbereiten. Und das ändert dann doch einiges. Deshalb muss man da auch ein wenig differenzieren zwischen. Und ja, deshalb kurz dazu. Das ist so mein Standpunkt zu der Sache. Jeder hat dann natürlich seine eigene Meinung. Und auch in der GPL dann und für sich. Also die Teilnehmer haben jeweils eine andere Meinung dazu. Deshalb wird da auch natürlich in Zukunft sehr viel diskutiert, sehr viel abgestimmt. Und da wird dann immer die Mehrheit entscheiden. Denn alles, was letztendlich da so steht, ist ja eine Mehrheitsentscheidung. Wir haben alle in der GPL gefragt, ob ihr mit diesen Regeln so einverstanden seid. Und ja, alle haben zugestimmt. Deshalb haben wir natürlich auch alle da nachgespielt. Ja, erstmal so viel zu diesem Thema. Aber es wird sich auf jeden Fall einiges ändern. Dann kommen wir zu dem Thema, welches wahrscheinlich auch noch sehr groß ist. Die GPL. Die Motivation für die GPL. Über so eine lange Zeit. Denn diese Season hatte insgesamt 22 Wochen. Das sind so ziemlich 5 Monate. So in dem Dreh. Und die Season davor war ja noch länger. Die war ja 6 Monate lang. Und wir haben das ja eben schon verkürzt. Weil einige gesagt haben, okay, die Season an und für sich ist zu lang. Und ich fühle mich demotiviert am Ende. Für mich ist das was ganz anderes. Also zur Motivation kommen wir gleich nochmal. Meiner Meinung nach. Aber ich möchte jetzt erstmal allgemein drüber sprechen. Weil es ja durchaus Teilnehmer gibt, die nicht mehr motiviert am Ende sind. Und das war auch dieses Season so. Und da gab es ja auch den Vorschlag, wie wäre es eigentlich mit Preisen in der GPL. Und meiner Meinung nach sind Preise in der GPL gleichzeitig verständlich. Also ich kann die Idee dahinter verstehen. Aber auch ein großes Problem, was diese Preise letztendlich mit sich führen. Denn das Problem ist, wenn man verliert, dass man, vor allem wenn Hacks oder so auftauchen, aber auch so, dass Teilnehmer, aber vor allem Zuschauer oder die Community erst recht eben etwas stinkiger werden nach einer Niederlage. Und das Ganze könnte dann etwas früher eskalieren oder eher eskalieren als in manchen anderen Situationen, wo einfach jemand verliert oder eben vielleicht da irgendwelche Hacks passieren oder so. Man hat ja in der Season auch die ein oder andere Sache kurz gesehen und darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Aber wie gesagt, das könnte bei Preisgeld oder generell irgendwelchen Spielen, wenn wir irgendwie ein Sponsoring oder sonst irgendwas in der Art uns holen würden, was ja durchaus möglich wäre, das würde das eben stark beeinflussen. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass die Idee an und für sich zwar nicht schlecht ist, aber ich denke nicht, dass wir in der Zukunft Preise haben werden. Vielleicht maximal ein Pokal oder so, dass es nicht schlecht ist. Ein Pokal, also das ist jetzt eher was Symbolisches, das ist jetzt nichts, was irgendwie, glaube ich, eine große Streiterei oder so mit sich führen würde. Deshalb könnte man auf jeden Fall darüber nachdenken. Und das könnte es sogar sehr gut geben, weil eigentlich auch schon vor zwei Seasons geplant ist, aber irgendwie nie zustande gekommen. Deshalb schauen wir einfach mal, wie es vor einer möglichen Next-Season sein wird. Aber ja, also soviel erstmal dazu. Das könnte passieren, aber Preise an und für sich, nein. Ich denke nicht. Aber wenn jetzt alle auf einmal in der GPL sagen, okay, wir wollen Preise haben, dann werden wir es machen. Aber ich weiß, dass die Meinung von vielen eher negativ dazu eingestellt ist. Einige wären dafür, aber ich glaube, die Mehrheit ist zu ziemlich dagegen. Deshalb wird sich das wahrscheinlich in der Zukunft nicht ändern. Dann könnte man natürlich noch sagen, wie wäre es, das ganze System zu verändern. Denn einige sagen, dass Hinrunde und Rückrunde zu viel für einen sind. Und ich muss für mich persönlich jetzt erstmal sagen, dass ich bis zum Ende jeder Season motiviert bin und war. Ich habe Spaß, egal ob das jetzt 22 Spieltage läuft oder 26 oder was weiß ich nicht was. Denn in der ersten Season waren es ja 22, dann haben wir auf 26 Spieltage hochgestockt. Dann waren wir zwei Seasons eben mit 26 Spieltagen unterwegs und jetzt wieder mit 22. Und ich habe Spaß bis zum Ende. Und ich muss sagen, dass ich die Rückrunde sinnvoll finde. Weil ich habe Spaß, in der Rückrunde nochmal gegen diejenigen, die ich in der Hinrunde verloren habe vielleicht oder generell gespielt habe, nochmal zu spielen und nochmal zu zeigen, was ich kann. Ich meine, man hat in der Hinrunde gesehen, ich hatte sechs Siege, fünf Niederlagen diese Season. Und in der Rückrunde dann zehn Siege und eine Niederlage. Und das hat mich einfach extrem stark motiviert, auch nochmal gegen die Leute, gegen die ich verloren habe, nochmal mein Bestes zu geben und mich zu verbessern und generell diese Verbesserung im Team zu haben. Weil mein Team in der Hinrunde war jetzt nicht so super. In der Rückrunde war es jetzt auch nicht perfekt oder so. Aber ich konnte einige Änderungen machen, die mir sehr stark geholfen haben. Und das finde ich einfach super schön und motivierend, auch nochmal so einen Faktor zu haben. Deshalb mag ich die Rückrunde und ich finde auch die Länge nicht zu schlimm. Generell muss ich aber auch sagen, für mich persönlich, die GPA okkupiert mich stark. Also ich denke sehr viel an die GPA. Ich glaube, das geht auch einigen anderen so. Wenn ich mein Team baue, dann kann ich nicht abschalten. Das heißt, ich baue mein Team vielleicht gerade und habe noch nicht mal angefangen, mein Team zu bauen. Aber ich denke schon im Bett, wenn ich unterwegs bin, irgendwo hin oder so, an den Gegner, an das Team. Wie könnte ich mein Team darauf anpassen? Und viele Stunden und Tage sozusagen, nein, aber viele Stunden gehen schon an Gedanken verloren, nur für die GPA. Aber ich finde das nicht schlimm. Ich bin einfach jemand, der sich sehr stark in sowas hineinsteigert. Was vielleicht ein kleines Problem von mir ist, dass ich dann auch sehr schnell demotiviert sein kann, wenn ich eine Niederlage kassiert habe und wusste, dass ich hätte besser sein können. Also wenn ich weiß, ich hätte besser spielen können oder es waren einige Hacks oder so und ich konnte eben nicht das machen, was ich eigentlich machen wollte. Also hatte nicht die vollständige Macht sozusagen, dann bin ich sehr, sehr demotiviert an dem jeweiligen Tag. Und das ist durchaus etwas, was jetzt nicht so super ist, von mir aus gesehen. Aber dafür bin ich eben umso motivierter, wenn ich gewinne. Weil ich bin jemand, der sich stark da reinsteigert. Ich bin sehr ehrgeizig, was sowas angeht. War ich auch schon immer. Damals, als ich im Fußballverein war, war ich immer sehr, sehr motiviert auf Spiele. Und wenn ich dann verloren habe oder wenn das Team verloren hat, dann dachte ich mir, okay, wenn ich selber besser spielen konnte, dann bin ich super demotiviert. Wenn wir unser Bestes gegeben haben und verloren haben, dann okay, dann ist das so. Manchmal verliert man eben. Aber ich meine, man kennt das ja. Man möchte vielleicht mehr machen, aber man kommt nicht dazu und dann ist man demotiviert. Und das ist auch bei mir in der GPA so. Und somit, dass es jetzt eine Pause gibt, ist auch nicht schlecht. Aber ich bin trotzdem überhaupt nicht jetzt dafür, dass wir sagen, okay, wir müssen die GPA stark kürzen. Ich finde die Zahl oder die Zahl der Wochen eben super, so wie sie ist. Ich kann aber verstehen, dass einige das Ganze anders sehen. Jeder Mensch ist, was das angeht, anders. Und ich werde jetzt meine Meinung dazu nicht über alle anderen stellen und egal was passiert, für diese Hinrunde plus Rückrunde sein. Wenn ich lieber einige Leute halten kann und die Mehrheit dafür ist, dass wir beispielsweise die Season kürzen, indem wir nur eine Hinrunde haben, vielleicht mit ein paar mehr Teilnehmern und dann Playoffs oder so, dann könnte es auch passieren, dass es sowas geben wird. Aber an und für sich, für mich persönlich, ich würde nur mit Hinrunden und Rückrunden spielen. Also ich würde genau so das machen. Wenn ich aber dafür sorgen kann, dass eben die meisten Leute hier in der Season bleiben, also in der nächsten Season, also dass die meisten Teilnehmer nicht irgendwie aussteigen oder so oder ein Teil davon. Wenn wir das System ändern, dann werde ich mich natürlich auch dafür einsetzen, denn das wäre mir wichtiger, weil es sind so viele coole Leute in der GPA. Natürlich sind auch noch sehr viele coole Leute draußen, die vielleicht in die GPA kommen könnten. Aber es ist natürlich schöner, wenn man irgendwie ein konstantes Teilnehmerfeld hat. Natürlich werden nicht immer alle da sein, das ist klar. Aber man hat ja glücklicherweise auch diese Season gesehen, niemand ist ausgestiegen, was auch ein sehr schöner Pluspunkt ist. Und es werden natürlich neue Leute dazukommen und andere Leute gehen nach dieser Season. Aber ich möchte mich wie gesagt dafür einsetzen, dass viele bleiben hoffentlich. Und deshalb könnte es natürlich auch sein, dass sich das System dahingehend ändert und dementsprechend so viel erstmal dazu. Was ich aber generell zu Playoffs sagen kann oder sagen muss, dass ich persönlich jetzt kein so großer Fan von den Playoffs bin, weil man hat vielleicht eine konstante Leistung dann in der Season zeigen können und sagen wir mal, man steht jetzt auf dem ersten, zweiten, dritten, vierten Platz. So und vielleicht ist der erste Platz um einiges besser als der vierte Platz, um zwei, drei, vier Siege. Und dann hat man einfach in den Playoffs ein schlechtes Matchup erwischt oder generell einfach sehr viel Pech, weil das eben Purobon ist. Und dann scheidet man aus oder verliert eben, weil man eben relativ viel Pech hat oder ein sehr schlechtes Matchup erwischt hat. Und das ist natürlich auch etwas schade, weil dann der erste gegen den vierten dann beispielsweise spielt und der erste einfach viel, viel bessere Leistung insgesamt gezeigt hat, aber der vierte am Ende dafür belohnt wird. Also das ist natürlich jetzt nicht so extrem. Es kann zu sowas kommen, muss es auch nicht. Ist jetzt vielleicht auch nicht das stärkste Argument für, also gegen die Playoffs, aber mich persönlich würde das ein wenig stören. Das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt die Person bin, die auf dem ersten Platz sein wird und vor allen anderen davon rennt mit viel mehr Siegenabstand. Aber mir geht es ja vor allem um diese Tatsache, dass es so sein kann. Und deshalb finde ich das ein kleines Problem und über eine gesamte Season gleicht sich das ein wenig aus. Denn natürlich gibt es auch in einer ganz normalen Season mit Hin- und Rückrunde Hacks und schlechte Matchups und was weiß ich was. Aber das Ganze gleicht sich über die Zeit aus. Das macht den Unterschied meiner Meinung nach. Aber ich werde mich dann dem beugen sozusagen, was die Mehrheit sagen. Und wir schauen einfach mal, was die nächste Season, wenn es eine gibt, ich sag immer wieder, wenn es eine gibt, mit sich bringt. Weil ich möchte natürlich eine neue Season machen. Ich möchte auch eine neue Season organisieren. Aber ich möchte nicht versprechen, dass dann und dann oder dass generell eine Season kommen wird. Weil ich möchte keine Versprechen eingehen, die ich nicht zu 100% halten kann. Und ich weiß nicht, ob es eine neue Season geben wird. Wir haben noch nicht mit Vorbereitung angefangen. Ich möchte mich natürlich da wieder dafür einsetzen, dass es eine neue Season geben wird. Aber man weiß nie, was passiert. Deshalb schauen wir einfach mal, was jetzt so passieren wird. Und deshalb auch ganz kurz zu diesem Thema, dass ich doch gerne auch andere Organisatoren mit ins Boot holen sollte. Und die Arbeit noch weiter aufteilen sollte und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, das ist tatsächlich kein Problem für mich. Die Organisation der GPL ist zwar zeitintensiv, auf jeden Fall. Keine Frage. Aber es ist nicht so, dass es zu viel für mich ist. Oder dass ich mich überfordert fühle oder was weiß ich was. Denn ich muss ja auch ehrlich sagen, und das wissen ja auch einige, das hat Timo auch immer wieder gesagt, dass ich das seit vier Seasons größtenteils mache. Timo hatte zwar seit Season 4 nicht mehr eine GPL, organisiert die GPL so gesehen auch nicht mehr mit. Aber die drei Seasons zuvor war ich auch so ziemlich immer derjenige, der fast alles gemacht hat. Und das hat Timo auch immer wieder gesagt. Timo war so ziemlich das Gesicht der GPL und ich war derjenige, der dahinter stand. Es hat sich also für mich nicht viel zu der vierten Season verändert, dass jetzt Timo weg ist. Er kommt ja vielleicht auch wieder. Aber deshalb, ja, das war jetzt nicht so das große Problem. Deshalb muss ich mir jetzt nicht unbedingt jemanden neu ins Boot holen. Manchmal, ja, versalzen auf zu viele Köche im Brei. Was sowas angeht, bin ich auch jemand, der gerne alleine an solchen Sachen arbeitet. Ich bin auch jemand, der gerne im Team arbeitet. Aber bei solchen Sachen bin ich auch jemand, der, wie gesagt, gerne auch alleine ein bisschen mehr macht. Dennoch habe ich ja auch schon einige Sachen aufgeteilt. Es gibt ja auch so kleine Sachen wie Tabellenaktualisierung in der zweiten Liga, Spielplan und so weiter und so fort, die ich aufgeteilt habe. Und deshalb ist es ja nicht so, dass ich alles mache, aber ich mache das ja auch gerne. Also ich organisiere gerne so viel für die GPL und investiere die Zeit dafür. Deshalb macht euch da keine Sorgen. Und ja, also kurz zu dieser Sache. Dann, was auch nochmal ganz kurz vorgeschlagen wurde, die eine dritte Liga aufmachen. Oder vielleicht auch generell die zwei Ligen auf drei Ligen aufteilen oder so. Dann hat man ja generell eine kleinere Anzahl an Spieltagen. Aber ich glaube, das wäre nicht so schlau, zwei Ligen auf drei Ligen aufzuteilen. Und generell eine dritte Liga aufzumachen mit neuen Teilnehmern ist meiner Meinung nach auch keine gute Idee. Denn es wäre dann wirklich zu viel. Es ist ja auch schon so, dass die Season, dass die Liga 2 bis einschließlich der dritten Season relativ weit untergegangen ist. Seit Season 4 ist die zweite Liga sehr populär ebenfalls und wird auch viel geschaut. Und viele Leute interessieren sich auch für die zweite Liga, manche auch mehr als für die erste Liga. Und das ist auch nicht schlecht, sondern sogar sehr gut. Aber ich glaube, das Problem wäre bei einer dritten Liga, dass dann zu viel da wäre. Man sollte lieber die Qualität hegen als die Quantität. Und deshalb bin ich der Meinung, dass zwei Ligen, so wie sie gerade sind, super sind. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber ich denke nicht, dass es eine dritte Liga in nah oder ferner Zukunft gibt. Und wenn man eine eigene Liga aufmachen möchte, Hilfe, kann man das ja immer gerne machen. Also jeder kann gerne eine Liga auch nach den GPL-Regeln aufmachen. Entweder für sich persönlich oder eben auch auf YouTube. Man sollte es ja nun nicht GPL irgendwas nennen oder GPL 2.0 auf YouTube oder so. Das wäre vielleicht nicht so super. Aber wenn es jetzt eine Fan-GPL ist oder so, für den privaten Gebrauch so gesehen, ist das natürlich gar kein Problem. Okay, was ich auch noch sagen möchte, ist, dass die GPL ja von manchen auch als zu streng angesehen wird. Also die ganzen Regelungen mit den Strikes und was weiß ich nicht was. Und dazu möchte ich auch einmal ganz kurz sagen, dass es glaube ich gar nicht so schlecht ist, wie die GPL an und für sich ist. Also auch von dieser Strenge in Anführungszeichen, was ja auch ein bisschen übertrieben ist. Weil wir hatten ja die erste Season und wir hatten da relativ wenige Regeln. Und wir haben immer mehr Regeln gemacht nach jeder Season, weil es immer Präzedenzfälle gab, die uns gezeigt haben, dass wir diese Regeln brauchen. Und deshalb hat sich die GPL ja auch so weiterentwickelt. Ohne Entwicklung stört man ja auch irgendwann auch so gesehen. Und deshalb ist es glaube ich gut, dass wir eben auch so viele etwas stängere Regeln haben, wobei das auch ein bisschen übertrieben ist. Also beispielsweise, wenn man zu spät hochlädt, also eine halbe Stunde später als der Upload-Termin. Oder wenn man eben sich nicht pünktlich um einen Termin kümmert, um einen Kampftermin und was weiß ich nicht was. Wobei es da natürlich auch Ausnahmen gibt. Wenn es wirklich persönliche Vorfälle gibt, kein Problem. Die Sache ist nur, dass diese Regeln dafür da sind, dass man nicht in Faulheit gerät. Oder dass man eben auch so ein bisschen Druck hat. Weil viele Menschen können mit Druck besser arbeiten. Das heißt nicht, dass man extrem viel Druck machen soll, aber man sollte trotzdem ein paar Sachen vorgeben, damit man nicht einfach in Faulheit versinkt so gesehen. Weil, ein kleines Beispiel. Wenn ich weiß, dass ich am Sonntag um 12 Uhr hochladen muss und wenn ich nach 12.30 Uhr hochlade, ich einen Strike bekomme, dann kümmere ich mich auch darum, dass ich bis dahin das Video fertig habe. Wenn ich aber sage, okay, gut, man kann das Video dann hochladen, wenn man möchte. Dann wiederum denke ich mir, okay, gut, ich habe jetzt gerade Zeit, aber, ja, ich muss jetzt eigentlich nicht das Video machen. Ich möchte jetzt lieber noch ein Video schauen. Ich möchte dann auch lieber das Spiel spielen. Dann möchte ich nochmal das machen und das machen. Und eigentlich, vielleicht mich nochmal kurz hinlegen, ein bisschen rumfaulenzen und keine Ahnung. Weil einige haben ja doch die Zeit. Dann verschiebt man das immer weiter nach hinten. Und es gibt einige Kämpfe, die dann einfach nicht auf YouTube landen oder einfach viel zu spät auf YouTube landen. Und das finde ich halt schade, weil es ist halt eine Online-Liga. Diese Liga ist eben für euch Zuschauer auch gedacht. Und deshalb wäre es dann schade, wenn Kämpfe nicht kommen oder viel später kommen, weil manche einfach zu faul sind. Und das gab es auch in der Vergangenheit. Denn man sucht sich natürlich immer wieder Ausreden und sagt, ah, ich hatte ganz viel zu tun und so weiter und so fort. Aber vor allem als Schüler ist es so, dass man doch meistens die Zeit dafür hat, aber manchmal einfach zu faul ist. Ich meine, ich kann das ja selber von mir. So ist es ja nicht. Deshalb muss man da auch ganz ehrlich mit sich sein. Und man hat es ja auch diese Season gesehen. Fast alle Spieltage kamen pünktlich. Es gab keine großen Probleme, was das angeht. Und deshalb, ja, ist es glaube ich auch gut, dass es eben diese Regeln gibt, dass es feste Upload-Termine gibt. Und natürlich gibt es Ausnahmen, wenn jemand irgendwie im Krankenhaus ist, eine Krankheit hat oder was weiß ich nicht was. Krank im Bett liegt. Natürlich, kein Problem. Es gibt immer Sachen, die wichtiger sind als YouTube, als die GPL oder was weiß ich nicht was. Aber wenn es eben einfach Sachen sind, die letztendlich nicht wirklich wichtig sind und man faulenzt, dann ist das natürlich auch ein kleines Problem. Und deshalb gibt es diese Regeln. Also auch nochmal zu diesem Thema, das wollte ich nochmal ansprechen. Und ja, soviel erstmal dazu. Aber ich habe jetzt schon mal einige Sachen angesprochen. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich jetzt hier ansprechen möchte und dann sind wir auch so ziemlich am Ende. Und deshalb fangen wir nochmal ganz kurz mit einem Thema an, was durchaus ein etwas problematischeres Thema ist. Und zwar ist die GPL ja ein Projekt, wo viele Communities sich irgendwie anfangen zu berühren, so gesehen. Also man hat einen Berührpunkt durch die GPL, denn es ist ja so, dass viele Communities dann aufeinander clashen. Und das kann positiv sein, weil sich einzelne Communities vergrößern. Es kann aber natürlich auch negativ sein. Und es gab da ja natürlich auch in der Hinrunde diesen einen Punkt in Liga 1, dass es dann diese große Hatewelle auf Bene gab. Ich habe da mich ja schon ein wenig im Rückblicksvideo in der Hinrunde oder nach der Hinrunde zu geäußert. Und man muss auch einfach sagen, jeder YouTuber hier auch in der GPL ist so ein wenig für seine Community verantwortlich. Das heißt, jeder sollte auch irgendwie versuchen, seine Community zu erziehen. Damit möchte ich jetzt niemanden hier irgendwie angreifen oder was weiß ich nicht was. Aber auch, das gilt auch für mich, auch für jeden anderen Teilnehmer, man muss aufpassen, was andere Leute unter den Kommentaren oder unter den Videos von anderen Teilnehmern schreiben. Denn ich habe das auch einmal im Kampf, nach dem Kampf gegen Bene mitbekommen. Ich weiß nicht mal, was da war, aber da hatte irgendjemand Bene beleidigt gehabt. Und ich habe einfach mal gehofft, dass es niemand aus meiner Community war. Aber es kann durchaus sein, wobei ich so jemanden nicht als jemanden aus meiner Community ansehen würde. Aber vielleicht hat er meine Videos geschaut und ist nach dem Kampf vielleicht zu Bene gegangen. Und ich habe direkt darunter was geschrieben. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass man sich darum kümmert, auch um die schwarzen Schafe. Es gibt immer schwarze Schafe. Man kann sich nicht um jedes einzelne schwarze Schaf kümmern, keine Frage. Aber vor allem, wenn es ein paar mehr gibt, muss man versuchen, da sein Bestes zu geben. Und diese ein wenig einzuzäunen und ein wenig aufzupassen. Denn letztendlich ist, wie gesagt, jeder für seine Community, für seine Zuschauer verantwortlich. Und wenn man mit diesen auch ordentlich umgeht, auch mit den anderen Teilnehmern, dann wird das auch alles reibungslos laufen. Und größtenteils war es ja auch der Fall. Also da gab es ja keine so großen Probleme am Ende des Tages. Es gibt immer solche Ausnahmen. Und das ist nicht schön. Da muss man was gegen machen. Ich hoffe, dass sich das in der Zukunft irgendwann wirklich neutralisiert, dass es sowas nicht mehr gibt. Es wurde ja aber auch im Laufe der Zeit immer weniger. Und darüber bin ich auch sehr glücklich. Deshalb schauen wir einfach mal, wie das Ganze sich entwickeln wird. Ich hoffe einfach mal, dass ihr auch als Zuschauer, egal was ist, immer im Kopf habt, dass es nur ein Spiel ist. Dass es ein Unterhaltungsformat für euch Zuschauer, aber auch für uns ist. Wir sollen selber dabei Spaß haben. Und dass ihr anderen den Spaß nehmt, wenn ihr irgendwie beleidigt oder was weiß ich nicht was. Weil man kann gerne das Team anfeuern. Man kann ehrgeizig sein mit dem Team zusammen. Also mit dem Spieler, mit dem YouTuber zusammen. Man kann mitfühlen. Was weiß ich nicht was. Das ist alles okay. Man kann lachen. Man kann weinen mit dem YouTuber so gesehen. Aber man sollte trotzdem irgendwo die Grenzen im Kopf behalten. Das sieht man ja auch ganz gut im Fußball. Im Fußball gibt es mittlerweile gefühlt keine Grenzen mehr. Viele Menschen übertreiben einfach nur, was sowas angeht. Und ja, das ist nicht gut. Und dazu soll die GPL auf jeden Fall nicht mutieren. Deshalb versucht auch immer euch selber, euer eigenes Verhalten ein wenig zu reflektieren. Und zu schauen, was ihr gerade vielleicht schreibt. Und wie ihr schreibt. Und in welchem Ton vielleicht auch. Und deshalb, ja. Man kann ja auch in einem Ton schreiben. Auch wenn man den Ton eher sagt oder hört. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, ich rede ja auch teilweise sehr komisches Zeugs. Also es wird vielleicht etwas zu deep hier. Aber manche Sachen müssen auch angesprochen werden. Und es tut mir auch leid für die Fassbler bis hierhin. Aber ich möchte das Video nicht mehrfach neu aufnehmen. Und sonst irgendwas in der Art. Sondern ich möchte einfach meine Gedanken, die ich gerade habe. Die vielleicht nicht super gut strukturiert sind. Einfach loswerden. Und deshalb mache ich das auch so. Auch ohne Script. Sondern einfach drauf losreden. Und ich hoffe, dass das für euch so okay ist. So viel aber auch erstmal dazu, denke ich mal. Und ja. Ich habe jetzt schon mal einiges, was das angeht, auch angesprochen. Einige wichtige Sachen. Sachen, die meiner Meinung nach auch mal angesprochen gehören. Und man diese nicht einfach verschweigen sollte. Oder einfach totschweigen sollte. Das meine ich. Und ja. So viel dazu. Aber an und für sich muss man sagen, die Season war wirklich wunderbar. Ich bin immer der Meinung, dass die... Also seit Season 1 haben wir uns nur noch stillig gesteigert. Ich fand Season 1 war super. Season 2 war noch besser. Season 3 hat mir noch mehr Spaß gemacht. Und Season 4 nochmal um einiges mehr. Und ich hoffe mal, dass es, wenn es eine neue Season geben sollte, auch so weiter geht. Und dass es in Season 5 auch noch besser wird. Und wir arbeiten alle an uns. Wir werden alle älter. Ich meine, mittlerweile gibt es ja tatsächlich nicht mal so viele Schüler in der GPL. In Season 1 war jeder Schüler, glaube ich. Also nicht jeder. Fast jeder war noch Schüler. In Season 4 hat sich das so ziemlich gewandelt. Ich glaube, nur noch ganz, ganz wenige gehen zur Schule. Vielleicht drei, vier Leute. Die meisten haben jetzt Abitur gemacht. Oder sind jetzt generell fertig mit der Schule. Oder haben eine Ausbildung angefangen. Studieren schon und was. Was ich nicht. Was ich meine. Ich habe ja auch letztes Jahr mein Abitur gemacht. Und deshalb, man schafft es auch, die GPL und das Abitur unter einen Hut zu bekommen. Ich habe es ja auch geschafft. Und konnte trotzdem sehr gut im Abitur abschneiden. Und in der GPL auch noch einiges machen. Ich habe die Season auch gewinnen können, tatsächlich. Und deshalb, ja. Wenn man möchte, kann man alles schaffen. Und deshalb auch zu diesem Zeitaspekt. Die GPL okkupiert einen natürlich ziemlich stark. Also sie vereinnahmt einen sehr, sehr stark. Aber sie hindert einen nicht daran, andere Sachen zu machen. Also zumindest bei mir. Manche Menschen ticken natürlich anders. Das ist immer so. Und deshalb kann ich durchaus auch verstehen. Wie gesagt, zu dieser Längensache habe ich ja schon einiges gesagt. Aber manche haben damit vielleicht ein Problem. Ich persönlich nicht. Und bin einfach glücklich darüber, wie die GPL läuft. Und wie viele Menschen es irgendwie zusammenbringen. Und deshalb ist das einfach ein wunderbares Gefühl, so etwas Großes zu organisieren. Denn Freundschaften bilden sich. Menschen werden irgendwie zusammengeschweißt. Und das freut einen einfach. Wie viele Leute dieses Projekt schön finden. Und wie viele Leute immer wieder dazukommen. Diese Season wurden ja so ziemlich alle Rekorde geknackt. So gesehen. Was das angeht auch. Also wie viele auch beim Draft-Stream bei den beiden dabei waren. Das war einfach unglaublich. Im Rückrundendraft waren über 2000 Leute live dabei. Das ist einfach eine extrem große Anzahl. Und auch so die vielen Zuschauer auch auf meinem Kanal. Einfach vielen, vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Ich meine, ich habe ja auch mir sehr viel Mühe gegeben. Ich habe versucht, das Ganze schön anschaulich zu machen. Eben auch grafisch. Und dass es euch gefällt. Und ich habe da auch ein bisschen mehr Zeit rein investiert. Und es freut mich einfach, dass es auch so gut angekommen ist. Dass so vielen Leuten das gefällt, was ich hier mache. Und was natürlich auch alle anderen hier in der GPL machen. Und ich bin einfach super glücklich. Und freue mich einfach jedes Mal, wenn wieder GPL Zeit ist. Und ja, auch wenn die GPL einen ziemlich stark vereinnahmt, ist das einfach eine super schöne Sache. Ein super tolles Projekt. Das einzige Problem für mich war nur an der GPL, glaube ich, der Anfang vor der Season. Denn das hat mir leider so ein bisschen die Kreativität geraubt. Denn es war ja so, dass ich 5 Logos plus die GPL-Logos plus den Hintergrund, plus alle Draft, Liga, Grafiken und so weiter und so fort. Also für beide Ligen die Draft, äh, Grafiken gemacht habe. So ziemlich alles habe ich gemacht. GPL-Thumbnails, wobei ich da ein bisschen mit Power mich kurz geschlossen habe. Aber größtenteils habe ich eben alles gemacht. Und das ist nicht das Problem gewesen. Das Problem war nur, dass ich in dieser kurzen Zeit, in einem Monat circa, sehr, sehr viel gemacht habe. Weshalb ich danach erstmal eine lange Phase hatte, wo ich einfach keine Motivation und generell keine Kreativität für Photoshop und für das Grafikdesign hatte. Und deshalb hat mich das doch in so ein kleines Loch gezogen. Wobei ich ja auch mehrfach gesprochen habe. Gerade bin ich wieder auf einem guten Weg und es läuft ja alles besser. Aber das muss ich auf jeden Fall zu einer möglichen neuen Season ändern, dass ich nicht in einem Monat so ziemlich alles mache. Ich habe ja auch eben diese... Ich glaube, das größte Problem war, dass ich diese 5 Logos auch noch gemacht habe. Diese 5 Team-Logos. Das hat auch nochmal eben sehr viel kaputt gemacht, so gesehen. Und das war so ziemlich das einzige größere Problem für mich persönlich. Das hat aber nicht wirklich viele betroffen. So einfach nur mich selbst. Aber wie gesagt, das hat sich nun alles mehr oder minder geklärt. Und ich denke mal, dass ich dann auf diesen Fehler so gesehen auch lernen kann. Und ja, so viel dazu. Also es gab viele gute Sachen. Natürlich gibt es immer auch ein paar negative Aspekte. Aber größtenteils war die GPL Season 4 ein voller Erfolg sozusagen. In Anführungszeichen eine sehr schöne Zeit, die ich verbringen konnte. Und ich hoffe, ihr konntet auch eine schöne Zeit verbringen. Und ich hoffe, dass wir auch eine mögliche weitere 5. Season haben werden. Und dass ihr natürlich auch dabei sein werdet. Und ich hoffe, dass ihr noch viel Spaß haben werdet. Egal, ob es jetzt GPL ist oder irgendein anderer Content. Auf diesem Kanal wird logischerweise jetzt erstmal kein GPL mehr kommen. Wir haben aber erstmal auch viel anderer Content auch ein bisschen GPL bezogen. Das eine oder andere Wifi-Battle vielleicht gegen Liga 2 Teilnehmer mit den GPL Teams. Das ist schon so geplant. Also freut euch auch darauf, wenn euch sowas interessiert. Ist auch vielleicht ganz cool mal sowas zu sehen. Liga 1 Team gegen Liga 2 Team. Wie sich das so verhält. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich weiß, das Video war jetzt nicht super gut strukturiert. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Und wenn ihr das Video bis zum Ende geschaut habt, dann schreibt, äh, vielleicht, was habe ich immer gesagt, auf eine mögliche GPL Season 5. Ganz am Ende eures Kommentars. Ich freue mich generell über alle eure Kommentare. Gerne auch etwas länger. Gerne eure Meinung zu dieser Season. Gerne auch Kritik. Ob jetzt negativ oder positiv. Ihr könnt mir alles schreiben. Ihr könnt mir Vorschläge machen für eine neue Season. Egal, was für Regeln. Schreibt mir alles rein. Es heißt nicht, dass auch alles irgendwie in irgendeiner Art und Weise vorkommen wird. Aber es gibt immer wieder Ideen, die wir vielleicht auch nehmen können und auch umwandeln können oder generell nutzen können. Und das Ganze dann benutzen können, um eine schöneren Season zu gestalten. Und ja, so viel dann dazu. Vielen, vielen Dank für alles. Man sieht sich spätestens zu Season 5. Ich hoffe natürlich früher. Man hört sich eher. Egal. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.